Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir, ChaosAdam13 und wenn ihr euch fragt, wer ist dieses Huhn, ja das bin tatsächlich ich, denn ich mache heute eine neue Challenge und zwar werde ich jede 5 Minuten, ne nicht jede 5 Minuten, jede 2 Minuten ein anderes Tier sein Leute und jetzt bin ich einfach mal ein Huhn lasst dafür auf jeden Fall ein Like, Abo da und wir schauen mal was ich als Huhn machen kann, ok kann ich fliegen, ok nein, das Huhn hat versucht zu fliegen, aber man kann ja nicht mit einem Huhn fliegen ich schaue mal ob wir Leute attackieren können, ok das geht wohl anscheinend nicht und den Leute laufen, ich bin ja ein Huhn also wie soll ich das auch machen ja wir schauen einfach mal ob wir jetzt ein Auto fahren können als Huhn Leute, das letzte Video mit einem Hund ist ja sehr gut bei euch angekommen muss ich sagen deswegen gibt es heute einfach ein Video mit 24 Stunden als ein Huhn überleben, ok ich bin auf der Straße, ich hoffe hier irgendjemand oh ok, ok die sehen mich also nicht Jo ok, die haben mich nicht gesehen oh nein Leute, jetzt bin ich eine Kuh oh nein, ich bin einfach eine Kuh Leute, ok ok, ich bin auf jeden Fall eine Kuh jetzt oh, das ist echt schwierig mit dieser Kuh zu lenken, ich hoffe dieses Mal sehen mich die Lkw oder Autofahrer, kann ich überhaupt, hä, wieso, was macht die Kuh jetzt, oh nein die Mut, ok ok, diesmal sieht der Lkw Fahrer mich, ok, mal schauen ob ich in ein Auto einsteigen kann, ob das geht, wow, 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 was macht die Kuh, hä, was macht die Kuh, ok, ich kann wohl, oh, ok, ich kann wohl mit der Kuh Auto fahren sieht zwar sehr komisch aus, Leute, für diese Aktion einfach erstmal ein Abo und ein Like da lassen und die Kuh kann, ah, nicht so gut Auto fahren ok, 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 wow, ok, oh, nein ok ähm, das wäre natürlich nicht so gut ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir Leute attackieren können damit also, wir schauen einfach mal den da nein, die Kuh mut einfach auf ihn aber kann ich in ihn rennen ah, ok, das kann ich natürlich machen so, aber wir wollen ja hier natürlich niemanden umbringen mit der Kuh was wir noch machen könnten, ist in den Kleidungsshop reingehen denn der Kleidungsshop, Leute ist, ähm, auch sehr nice aber ich glaube, es wird langsam Zeit mich danach in ein anderes Tier verwandeln zu müssen, denn eine Kuh ist schon sehr nice, aber ähm, ich bin gespannt, was das nächste äh, das nächste Tier ist ok, man kann nicht in den Kleidungsladen hä, ok wie kann man nicht mit dem bin ich der Pro in GTA, Leute ähm, online habe ich zum Beispiel online habe ich aber noch nie so richtig gespielt ähm ok wow yo, was ist ah, was ist das hä hä, was passiert hier was passiert ok ok, Leute es geht jetzt wieder ähm und wir sind dieses Mal ein Affe, Leute ok, das sieht sehr witzig aus muss man sagen einfach ein Affe hier in GTA und wir können glaube ich auch Leute schlagen nein, können wir immer noch nicht ah, ok ok, ok wow, ok jetzt hat es gebackt ok oh nein, ich hoffe, ich verwandle mich nicht wieder kann ich Leute schlagen damit? ok ok, die denken sich nur auch so ah, was geht bei dem ab? aber die juckt es natürlich nicht, Leute ok ich würde sagen als Affe können wir doch bestimmt eine Waffe halten äh, ja das geht oh, und auch schießen ups, das wollte ich natürlich nicht, Leute ähm ok wir können auch bestimmt Auto fahren, oder? warte mal dieses Auto soll ah, nein wow es wird mich fast überfahren ok, wir holen uns ein Auto, Leute das da hinten ist natürlich mein ups das wollte ich nicht, Leute ähm ist natürlich mein Auto, das hier ok ich habe jetzt die Cops hinter mir hinter einem Affe also ich muss mir das so vorstellen, so ey, Polizei ähm irgend so ein Affe in der Stadt greift hier alles ein, oder so ne, das ist ähm sehr komisch der Typ denkt sich auch noch so WTF ok sehr, sehr ja, ich habe sogar Helikopter, Junge was? ok also Polizei muss ja komplett confused sein wenn die so einen ähm Notruf, Anruf gekriegt haben dass ein Affe hier in der Stadt einfach ähm Leute geschlagen hat, ne sehr, sehr komisch ok ups äh, ok der Affe kann natürlich auch nicht so gut fahren aber schon besser als besser als der Mensch muss man sagen besser als der Mensch wohin können wir als dieser Affe hingehen, Leute ich würde sagen können wir ins Gefängnis ne, komm wir gehen, wir gehen zum Flughafen war ich zwar schon als Hund aber oder ich weiß nicht ich überlege gerade, Leute weil ich glaube oder auf diese auf diese Insel hier die sieht nice aus die sieht nice aus da können wir ein paar Menschen hinbringen und oder irgendwie sowas machen oder wir holen uns einfach ein Tattoo als Affe der der Monkey muss ja ein bisschen Drip haben, Leute das heißt, wir fahren jetzt einfach zum nächsten Tattoo Shop der ist tatsächlich hier, Leute und wir holen uns einfach einfach ein Tattoo einfach ein gutes Tattoo für den Affe, Leute ihr wisst, ich bin ja kein Fan von Tattoos aber der Affe muss schon ein bisschen Drip haben, Leute der Affe muss schon ein bisschen ein bisschen gut aussehen ähm also nicht, dass er nicht gut aussieht aber ich meine ähm der muss ja schon ein bisschen Drip haben deswegen fahren wir jetzt einfach ähm oh sorry einfach zum zum Tattoo Laden und hoffen dass uns die Polizei nicht erwischt denn die fährt von der anderen Seite gerade ah, okay Polizei haben wir abgehängt nein, doch nicht okay okay, Leute ähm wir sind jetzt oh, irgend so ein Typ verfolgt mich wir sind jetzt fast beim Tattoo Shop angekommen und ja das Auto sieht nicht so ganz gut aus denn der Monkey ja ist nicht der beste Autofahrer muss man sagen äh ich hab da schon ein oder andere Crashers gehabt beim Autofahren okay ich hoffe, dieser Typ hat mich jetzt oh, Digga wieso verfolgt er mich das ist das ist ein Problem ich hab jetzt keinen Bock auf eine Verfolgungsjagd ey ich bin ein Affe und du hä was ist was ist ein Problem er hasst wahrscheinlich Affen schade, Leute er hasst Affen wenn ihr Affen mögt, Leute dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like Abo da ähm wenn ihr Affen mögt aber yo, der hört einfach nicht auf der verschwindet einfach nicht der der kämpft da beim Tattoo hä, ey ups ähm der kämpft da einfach beim Tattoo Laden ne, oder? das ist jetzt nicht sein Ernst ah, jetzt okay okay, endlich ist er weg ey was war das denn für ein Typ okay, egal wir gehen jetzt einfach zum Tattoo Laden denn der ist hier direkt hinten und schauen mal ob sich der Monkey hier mal ein nices Tattoo holen kann okay wir parken hier Leute denn ah, ne doch nicht eine Straße weiter okay okay bis jetzt hat der Affe schon ein bisschen besser fahren gelernt okay gut da ist es der Pit okay ich hoffe mal es ist offen Tattoo Laden sieht nice aus nein es ist geschlossen okay da machen wir einfach machen wir einfach ich gehe kurz schnell in einen anderen Leute wir sehen uns gleich okay Leute ähm ich war ups ich war jetzt schon bei vielen Tattoo Laden und ich bin euch ehrlich gefühlt jeder hat einfach zu ich finde es schade Leute ich war hier beim Monkey und ähm by the way falls ihr euch fragt ich war auch noch bei einem Friseur dem auch leider zu ja wenn ihr euch fragt ähm wie ein Monkey mit Tattoo aussehen würde habe ich leider keine Antwort für euch aber ich würde sagen ähm das war es mit dem Video ich hoffe wenn euch das gefallen hat dann lasst ein Like Abo da und ähm wenn ihr mehr GTA sehen wollt vielleicht mal auch ein Wasserthema mit einem Wal oder so ähm ja dann lasst ein Like Abo da und ich wollte mir gerade die Immobilie kaufen aber nur Michael kann die kaufen und ich würde sagen das war 24 Stunden als Affe und wir sehen uns wenn ich mal wieder 24 Stunden oder das war nicht 24 Stunden als Affe das war 24 Stunden als Random Teere aber ich fand Affe war der Beste aber alle die anderen waren auch gut muss man ehrlich sagen ok ich würde sagen das war's und tschüss tschüss tschüss